Ja, wir hätten das hier durchziehen müssen. Hier hätten wir es durchziehen müssen, weil... Okay, wenigstens gleich. Ich kann nicht gezielten, ich kann einfach stehen bleiben oder hinhocken. Sauber. Fehler. Mit dem Level? 225, naja. Selbst wenn das ein zweiter Count ist, ist das nicht so natürlich. Wie wär's mit Nachladen? Alter. Gegnerische Bombe wurde aktiviert. Entschafft sie! Saubere Sache. Mission erfolgreich. Bombe wurde entschärft. Uiuiuiui. Feind preartet. Hinder Sie daran, die Bombe zu platzieren. Ja. Wer hat eine Granate? Granate! Das ist doch niemand. Hier ist doch niemand. Da war doch jemand. SG 151 Iron Gun. Dagegen habe ich jetzt gewonnen. So theoretisch. Mission erfolgreich. Alle Gegner wurden eliminiert. Hättest du mir doch noch mal lassen können, oder? Find clear out it. Hinder Sie daran, die Bombe zu platzieren. Bewegung! Habe ich einen gesehen. Der wurde mir sogar angezeigt. Werfen Granate! Oh nein! Oh nein! Die fliehen von der Linie. Ich hätte dran denken müssen. Der ist natürlich jetzt tot. Gegnerische Bombe wurde aktiviert. Hm. Das wäre noch eine Möglichkeit. Oh verdammt. Weil wir es daneben versaut haben. Und die mit drei Leuten da hinten drin standen. Wir haben keinen Switch. Eine Runde will ich noch. Nein, nein, nein. So. So soll es aussehen. Blind als Ablenkung. Nein! Wieso können die denn in der Mitte nicht aufpassen? Nein! Wieso können die denn in der Mitte nicht aufpassen? Ach du Alter. Die fliehen. Die fliehen. Die fliehen. Unsere Einheiten wurden eliminiert. Find clear out it. Hinder Sie daran, die Bombe zu platzieren. So gut ist mit zwei Snipern. Was ist das denn? Wieso sind die Schwachmaten? Da sind schon alle tot. Hat er direkt den zweiten Zoom drin? Oder ist er... Ist das so gescheuert. Das war ja schon ein Scope-Level. Boah, das war ja schon ein Scope-Level. Am ersten hätte ich nicht zwingend erkannt, dass das ein Feind ist. Aber warum die den übersehen haben, frage ich mich. Hm. Da können Sniper dastehen. Was zum... Und ich bin der einzige Vollidiot, den sie erwischen oder was? Danke. Es macht ja sowas von Spaß, wenn man da... Als letzter da hinkommt. Alle anderen wurden schon gesehen. Es ist so... Krass daneben. Krass daneben. Dass sie aber dann auch in dem Moment immer rushen müssen. sand tengan. Ok, die stürmen. Und jetzt sag ich, wo kommt das her? Ist das jetzt euer Ernst? Aha. Bombe wurde platziert. Sektor A sichern. Mission erfolgreich. Alle Gegner wurden eliminiert. Gute Aufstellung ist alles. Würde ich mal dazu sagen. Ziel geachtet. Zerstört das Objekt. Hm. Da ist auch ein Sniper dabei. Die werden dann schon... Irgendeiner... Brauchten wir sagen. Boah, das ist ja nicht der erste. Ja. Oh, okay. Keiner, sie fliegen. Keiner, sie fliegen. Mach die Bombe scharf. Bombe wurde platziert. Müsste einer sein? Mission fehlgeschlagen. Das Ziel wurde nicht zerstört. Und warum? Weil sie alle gerusht sind. Diese kleinen Vögel. Hallo. Aufgedeihung. Verderb schnell, schnell, schnell da raus. Ich nicht. Ich würde gerne was sehen. Komm her. Mission fehlgeschlagen. Unsere Einheiten wurden eliminiert. Ziel geortet. Zerstört das Objekt. Das ist jetzt echt ein Problem. Werfe Granate. Ich bin mal verletzt. Braveheart. Achso. Moment. Mission fehlgeschlagen. Unsere Einheiten wurden eliminiert. Zehn geachtet. Zerstört das Objekt. Verstanden! Komisch, wieso ist der noch nicht tot? Oh, wir sind diesmal am Gewinnen. Kann ich es halten. Bomba wurde platziert. Sektor A sicher. Hm, 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 hm. Ja. Die Waffe sah aber gerade eben noch anders aus. Da fahre nur hin, halt nur rein, wo ich das ran wäre. Oh ja. Mission erfolgreich. Das Ziel wurde zerstört. Ziel geachtet. Das stört das Verblut.